Hey, guck mal was zum Testen von Allreli gekommen ist. Ein kleines Schnellladegerät. Ein Netzteil? Wieso sollte ich das bitte testen? Das wird doch bei jedem Smartphone mitgeliefert. Na sag mal, wann hast du denn dein letztes Smartphone gekauft? Mein letzter Smartphonekauf ist schon ein bisschen länger her. Aber was kann das Netzteil denn so besonderes? Das kleine Teil hier ist ein 20 Grad USB Power Delivery Netzteil. Es unterstützt PPS, kostet nur 9 Euro, ist winzig und ein 1,80 m langes USB-C Kabel ist auch dabei. Okay, 9 Euro klingen echt interessant. Aber welche Geräte kann ich denn konkret damit laden? Dieses PPS war ja dieser Standard mit der flexiblen Ladespannung, oder? Ja genau, PPS war das, was manche Smartphones einfach für die maximale Ladegeschwindigkeit brauchen. Aber generell kannst du jedes Smartphone oder Tablet laden, das einen USB-C Anschluss hat. Wenn man mit dem Netzteil eben schnell laden möchte, dann müssen die Geräte halt auch USB-Power Delivery unterstützen. Bei der Samsung Galaxy S20 Serie ist das zum Beispiel ab dem Galaxy S20 und neuer der Fall. Bei den iPhones sogar schon ab dem iPhone 8. Und keine Sorge, wenn zum Beispiel das Gerät wie jetzt dein Tablet mit 45 Watt geladen werden kann, dann wird es halt maximal mit 20 Watt geladen. Das ist aber für den Alltag sowieso eigentlich immer schnell genug. Überzeugt. Ich teste das Teil. Geht mal her. Kommen wir nun zum Review. Das Wichtigste zu dem Netzteil habt ihr schon in meinem Dialog mit mir selbst erfahren. Der ausschlaggebende Grund, wieso ich es jetzt schlussendlich mal getestet habe, war wirklich der geringe Formfaktor und die Tatsache, dass es einfach nur 9 Euro kostet. So denke ich, dass es für viele Leute, die ein neues USB-C-NASL brauchen, eine interessante Wahl ist. Aufgrund des geringen Formfaktors kann man es auch einfach mal in den Rucksack schmeißen und merkt überhaupt nicht, dass man es dabei hat. Und außerdem kann man es in die Mehrfachsteckdosenleiste stecken und es blockiert keine weiteren Plätze, da die Abmessungen eines Steckdosenlochs, sage ich mal, in etwa den äußeren Abmessungen des Netzteils entsprechen. Hierbei ist mir aufgefallen, dass man, wenn man es in eine Steckdosenleiste steckt, bei der die Löcher im 45 Grad Winkel angeordnet sind, das Netzteil gerade drin steckt und auch das Schriftzug korrekt angezeigt wird. Wenn man es aber in eine normale Steckdose an der Wand steckt, steckt es schief drin, was irgendwie komisch ausschaut, aber das ist mir aufgefallen und ich fand es ganz lustig. Getestet habe ich, welche Geräte ich überhaupt damit problemlos laden kann und welche Ladegeschwindigkeiten ich am Tablet und Smartphone erreiche. Beim Tablet und Smartphone habe ich das mittels App geprüft. So ist das nicht unbedingt die korrekteste Messmethode, aber es gibt grobe Anhaltswerte. Bei meinem Smartphone, dem Galaxy S10e und meinem Tablet, dem Tab S7 FE, funktioniert das Laden problemlos. Schnell laden wird zumindest lauter Displays der Geräte auch unterstützt. Ich kann außerdem meine Nintendo Switch laden, wenn sie sich nicht im Dock befindet und meine Bluetooth Kopfhörer. Nicht damit laden kann ich mein Notebook, denn da brauche ich ein Netzteil, das mindestens 40 Watt liefern kann. Das gleiche gilt übrigens auch für die Nintendo Switch, wenn ich sie am Dock am Fernseher betreiben möchte. Dafür reichen die 20 Watt USB Power Delivery einfach nicht aus. Nun kommen wir zu den Ladegeschwindigkeiten. Getestet habe ich das mit meinem Samsung Galaxy S10e, das mit 15 Watt via Quick Charge geladen werden kann und meinem Tab S7 FE, auch von Samsung, das mit 45 Watt geladen werden kann via USB Power Delivery. Das Galaxy S10e wird mit circa 4,2 Volt und 2,2 Ampere geladen, wo ich auf etwa Ladeleistungen von 9,2 Watt komme. Das ist nicht weiter verwunderlich, denn es unterstützt kein Power Delivery. Trotzdem wird das ja verhältnismäßig schnell geladen. Das Tab S7 FE habe ich mal geladen in einem Bereich, wo es fast leer war und zwar um circa 19 Prozent. Hier kam ich auf 17,6 Watt Ladeleistung. Das Tablet habe ich dann auch mal 87 Prozent aufladen lassen. Dabei kam ich mit einer durchschnittlichen Ladespannung von 4,3 Volt und 3,7 Ampere auf eine Ladeleistung von 15,9 Watt. Bei diesen Messungen fällt also auf, dass das Netzteil nicht ganz mit 20 Watt lädt. Das könnte zum einen daran kommen, dass man einfach beim Laden Ladeverluste hat. Außerdem habe ich nicht das gemessen, was aus dem Netzteil rauskommt, sondern das, was mir die App eben anzeigt, über den Zustand meines Akkus, so dass es hier einfach noch mal einen Unterschied geben kann zwischen dem, was aus dem Netzteil rauskommt und dann tatsächlich beim Akku ankommt. Aber es gibt mir einen groben Anhaltswert. Bei dem USB Power Delivery Gerät kommen wir schon so ziemlich an die 20 Watt ran. Bei einem Gerät, das es nicht unterstützt, haben wir weniger, aber immer noch in einem Bereich, wo ich sage, das reicht mir für das Smartphone vollkommen. Trotzdem kann man sagen, dass es für ein Quick Charge Gerät wie mein Smartphone das Schnellladen nicht erfüllt, weshalb ich verwundert bin, dass mir trotzdem Schnellladen beim Smartphone im Sperrbildschirm angezeigt wurde. Kommen wir nun zum Fazit. Das Netzteil von Aureli ist klein und günstig und da bei vielen aktuellen Smartphones leider kein Netzteil mehr mitgeliefert wird, denke ich, ist es definitiv eine gute Alternative. Ich werde es definitiv weiterverwenden, da ich mit der Firma Aureli kooperiere, habe ich auch noch ein Gutscheincode für euch, den ich euch unten einblende. Den könnt ihr bei Amazon, wenn ihr bestellt, einlösen und so bekommt ihr nochmal zusätzlich 10% Rabatt. Wenn ihr noch weitere Fragen zu Ladegeräten habt, dann könnt ihr gerne mal auf meinem Kanal vorbeischauen. Ich habe nämlich schon ein ausführlicheres Video zu den aktuellen Smartphone-Schnellladestandards gemacht. Das war's mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, ciao!